und damit willkommen zurück zu einer neuen folge palworld ja beim letzten mal haben wir angefangen das haus zu bauen haben auch schon angefangen mal ein paar mehr pal zu sammeln und haben festgestellt dass wir absolut nicht genügend betten haben das wollte ich ja schon abreißen aber das kostet mir irgendwie zu viel kraft jetzt muss ich vielleicht noch eine andere möglichkeit geben den kram wieder loszuwerden vielleicht eine art bauhammer oder so muss man noch mal rausfinden cremes haben wir letzt mal neu gezähmt und auch foxpaws und noch einige andere foxpaws haben wir auch neu foxparks foxpaws setzt sich besser an foxparks und das mit denen dass die dann hier arbeiten und so ein aufgaben erfüllen das ist mega gut das macht mega spaß sachen reparieren geht nicht wir haben kein holz mehr betten wir bräuchten betten aber wir haben halt wirklich kein holz leder wir haben einmal leder ich weiß nicht welches tier ich dafür gekillt habe wir holen holz foxpaws ist als lampe dabei das passt brauche ich keine fackel haben wir eine die schlafen einfach alle das ist echt interessant kann mal holz und fasern holen schläfst du viele gegenstände mit dir herum im ernst ich kann mich noch bewegen aber nicht mehr so gut kann man damit noch klettern mein charakter scheint am vorn an zu sein das können wir ändern wenn ich hier hochkomme komm das machen wir jetzt mal eben ich selber brauche auf alle fälle was komm das reicht erstmal wieder unsere anderen begleiter brauchen noch nichts so betten 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 wo bauen wir die betten ich würde sagen doch auch da hinten richtung felsen oder hier hier ist ja unsere tür das geht nicht die katze ist wieder aufgewacht das schaf auf ist wieder morgen sonne geht gerade auf wie es aussieht hier ist schon das feld neben ja gut da wollte ich eine wand hinbauen vielleicht ist doch sinnvoll das hier zu machen ach ja stand fackelt das ist neu halbett das brauche ich noch an die überlappt einfach nur mit irgendwas ja das andere bett hier ist echt im weg gut da ist was da ist halt der futtertrog nicht genug material alter sind die teuer die sind ganz schön teuer gut okay aber jetzt müsste ich genug betten haben drei von drei fertig lager erweiterung setzte ein paar verarbeiteten lager ein drei von vier die aufgabe ist ja auch mega einfach weil wir haben ja schon genug was macht er eigentlich verarbeiten noch gar nicht darauf geachtet was kannst du richtig hier reinsetze hast du irgendeine fähigkeit auch arbeiten wie es aussieht kümmern die sich hier drum ernte die ernten das dann müsste ich jetzt ja also es fehlt schon wieder ein bett nur mal so am rande oh mein gott ich habe schon wieder so viele steine gerade aufgehoben ich kann schon wieder nicht mehr laufen aber was für ein gewusel das wird später noch richtig interessant wenn man so ein riesen lager hat und alle hier irgendwie unterwegs sind muss man die steine ablegen dann kann man wieder laufen so die büsche nehmen wir mal selber mit aussaat aber es kann ja keiner aussehen dazu brauchen wir wahrscheinlich irgendwie so hier brauchen wir pflanzen paar als dementsprechend okay der dream ist also auch einfach der trägt auch mit dass es gutes transportieren kann und so dann können die erstmal aufräumen brauchen wir noch was zur herstellung da haben wir noch keinen bogen kostet aber auch extrem viel und sphären haben wir auch nicht mehr maximal acht weil wir kein holz haben es kostet so viel holz ich will dann nicht den ganzen wald hier wegnehmen ich geh da mal runter ein paar bäume sollten bei der basis ist doch noch über bleiben oder anfangen ich kann nicht die komplette natur hier wegnehmen es gibt definitiv nachher noch bessere werkzeuge und so waffenbruch echt die axt hin die ist hinüber geht die noch die geht noch die macht aber weniger schaden oder oder macht auch weniger ressourcen vielleicht ich habe keine ahnung hat achtmal sphären produziert das ist was kriegen wir hier fasern holz so ähnlich wie bei ark aber eigentlich nee aber ich krieg hier trotzdem das gleiche es ist egal irgendwie ob ich mit der axt da drauf gehe oder also ich krieg trotzdem jetzt nicht mehr fasern nur weil ich jetzt die spitzhacke verwende wo man ja eigentlich davon ausgeht dass das mehr kannst die palbox verbessern nice ist schon wieder die aufgabe erfüllt mit den palboxen ist cool dann kann man auch überfallen oh gott interested da sind drei ausrufezeichen da sind einfach mal drei ausrufezeichen ich habe einen knüppel was ist das ach so das sind richtig ok alles klar das sind richtig typen ok gut dass die anfangs angriffe relativ easy vonstatten gehen wie es aussieht das ist also der erste überfall ok die tragen einfach weiter da hinten würde ich sagen der hat sich verbuggt oder er hat sich doch verbuggt klar hat er sich verbuggt das steht einfach rum so foxpaws foxpawks siehst du den greif ihn an lol jetzt fängt er an zu laufen oder was ey doch noch nicht ok der hatte sich einfach komplett verbuggt ok alle gegner zurück geschlagen cool das gibt direkt items ins inventar feuerdrüse feuerpals gewonnenes material das ist ziemlich nice kann man jetzt eigentlich ich kann das lager dann nur zurück bauen das will ich ja gar nicht wieso habe ich keine schnellreise ach ok ich kann also nicht von überall ok vielleicht gibt es auch pals die das dann erlauben oder das wäre auch nice bleiben die jetzt hier liegen das wäre mega nervig dann kann ich aber wegschieben naja so äh ich wollte erstmal das lager erweitern falsche taste anzahl möglicher lager immer noch also es bleibt bei 1 5 5 5 6 ok ich kann die sphangen einsammeln die wurden fertig gebaut ich kann wieder neue bauen ah nicht zu viel kosten 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 echt viel erstmal die bauen lassen noch mal ein paar stück und jetzt hier reparieren das wäre nice woran sieht man eigentlich da ok ok wir haben keinen stoff sonst könnte man das auch reparieren und das ein knüppel auf alle fälle auch also da fehlt noch so eine anzeige dass man sieht dass es gerade gemacht wird und wie lange das dauert lol das finde ich halt auch irgendwie lustig kannst du halt einfach aufheben ein paar schläft ein paar schläft wie sieht das team aus eigentlich ganz gut so sind die wieder voll also ich mal den rest so das kann ich schon mal rausnehmen der bogen genau 26 von 30 holz das war das problem das war das große problem wir haben nicht genug holz wir haben immer nicht genug holz aber wir haben wieder funktionsfähige axt was kativa überfrisst sich warum ach ist vor stress so viel weil wir nicht genug betten haben ok alles klar außerdem wie mein fuchs ist tatsächlich weg das heißt sie können nur moment mal ist der blaue kreis links ist das die dauer wie lange die draußen sein können vielleicht jetzt kann ich hier nicht hochklettern jetzt kann ich da nicht hochklettern weil ich überladen bin im ernst was ist wenn ich ein brot esse mich dann immer noch überladen ja ich kann meine werte erhöhen das ist gut erstmal ganz wichtig erstmal das gewicht erhöhen hat es wurde auf dem abenteuer und wunderbar um mann Prozent wusste nicht dass es geht das steht gleich wieder auf nein für auf Hör auf wie kann ich dir denn freu dich mal gibt's hier wieder besser dadurch ich muss ein Bett bauen solange ich jetzt hier kein Bett baue wird das nix so äh ne verbessern geht eh nicht was brauche ich überhaupt für die Verbesserung Palausrüstungswerkbank Statue der Kraft bauen okay äh so wir haben jetzt alle im Bett jetzt müssten alle im Bett haben ne diese blauen Kreise kann auch nichts mit der Dauer zu tun haben wie lange man die nutzen kann das kann auch nicht sein hm ok mal sehen was wollte ich noch machen ach ich war ja immer die ganze Zeit mit diesem Bogen beschäftigt ok einfach mal sagen sollen den Bogen bauen die haben nix zu tun die haben nix zu tun das Aussaat das dauert halt mega lange wie viel ist eigentlich noch drin wenn der sich die ganze Zeit voll frisst ja der Faulenz da soll er sich mal beruhigen regt der sich dann wieder ab also wenn die so viel schleppen wieso ist eigentlich nichts drin da waren nur zwei Bären drin kann es ja nicht sein dass sie von dem Feld nur zwei Bären geerntet haben oder haben die das ja gut die Katze die hat ja alles weggefressen hier so so gesperrt was steht da unten eigentlich immer gesperrt naja so ähm es ist Mittag fünf Lammballfangen haben wir immer noch offen wir gehen mal wieder los haben jetzt genug gefaulenzt in der Bude stimmt jetzt habe ich einen Bogen in Auftrag gegeben und äh ja hm so viel dazu toll ich wollte gerade sagen sind überhaupt noch Schafe hier da hinten was passiert wenn ich hier runter falle ok gar nichts Fallschaden scheint hier nicht so extrem zu sein so war das nicht der den ich abgebaut habe Respawn Timer müssen noch herausgefunden werden Palladium wir brauchen mehr davon da war eben gerade leicht laggy ich habe noch nicht darauf geachtet ob dann oben dieses Speichersymbol kommt das kann natürlich auch sein so komm gleich an ja nice muss das sein der weicht auch einfach easy aus damn it ich versuch das jetzt einfach mal ja das sieht gut aus oder? ja okay das Schaf ist ja leider draufgegangen das Lammball also sind ja noch ein paar mehr versuchen wir es doch mal mit denen komm das ist Level 1 mach es kaputt mach es kaputt sind beide Level 1er ok der schießt gegen die Kante unser eigener ok wir kriegen auf alle Fälle Items das ist gut aber war das Hühnchen nicht auf uns sauer? doch so erstmal den Chicken weg welches Level? Level 3 ich nehme ich komm schieß einmal drauf ja das ist ah ne nicht Level 1 hey wir haben 5 Schafe bau ein Lager auf Stufe 7 müssen wir es erhöhen 30 Pals und erhöhe deinen Level nimm deine Ausrüstung und deine Pals macht dich bereit besiege den Boss im Turm ja hm alles klar einfach mal so ein Boss besiegen nö erstmal möchte ich mich mehr mit dem Game an sich noch beschäftigen neue Pals suchen und so gucken was man noch so herstellen kann und dann kann man sich mit Bossen beschäftigen für diese Türme am Anfang wurde irgendwas von 3 Türmen erwähnt aber ich glaube es gibt 5 in meinem Trailer waren 5 Bosse gezeigt also das sind wahrscheinlich diese sowas wie Arena Leiter hier sonst gönnt sich ein Päuschen also unsere Katze ne die macht was sie will das ist wirklich so ein typisches Katzenverhalten ist das macht einfach was sie will so ok wir sind nass wir sind langsamer wie lange hält das an ne Anzeige gibt es dafür nicht ok aber wir sind nicht langsamer das kommt mir nur so vor wir sind eh langsam solange wir kein Pal haben worauf wir reiten können bringt das halt auch noch nix das ist halt schlau gemacht dass man hier so Fragezeichen hat für die verschiedenen Fähigkeiten dann zum Freischalten weil dann ist die Überraschung größer wenn man ja die Pals noch nicht kennt und wieso kommen da Schadenszahlen irgendwas passiert bei uns zu Hause ach das sind keine Schadenszahlen das sind ja doch also Schaden in Anführungszeichen die bauen ab unsere Schafe sind am Tragen wieso gehen die hier rum können die hier nicht mehr reingehen wie das aussieht transportiert auch das ist so nice wieso habe ich denn hier so eine Anzeige eben gehabt wo war das wieso hat das aufgeleuchtet als diese Katze ne als ob er nachlässig ist also man muss sagen die Übersetzung auf Deutsch sind ziemlich gut ich sehe kaum also ich habe eigentlich noch gar keine richtigen großartigen Übersetzungsfehler gefunden wie viele Pfeile kann ich eigentlich machen Arbeitsmenge 90 oh mein Gott ich sag mal Arbeitsmenge 50 komm weil der Bogen ist ja riesig ey wieso habe ich eigentlich okay ich kann das abbrechen ich habe einen Pfeil wieso habe ich einen Pfeil kriegt man einen Pfeil umsonst aber nochmal eben hier noch nach oben gehen also der Typ ist tatsächlich weg man könnte natürlich mal nach oben auf die Ruine gucken das hätte mal Sinn Alter wir haben jetzt keinen freien Slot mehr in den Händen das gefällt mir nicht ich habe eh noch keine Pfeile Lambal macht ja gerade Pfeile Kativa hängt mal wieder nur rum ist halt müde naja wie lange brauchst du eigentlich noch? oh kann noch ein bisschen dauern was ist eigentlich dieses was ist geil oh mein Gott die ganze Schafe was ist dieser Wert? geil ach geistige Gesundheit das ist die Psyche okay lass mich raten die Psyche von unserer Katze ist ziemlich ziemlich down 68 also Nervenzusammenbruch will ich das noch nicht nennen da geht noch was oh man pack mal die Schafe da mal rein die bringen eh nicht allzu viel aber wir haben 5 Schafe hey wir nehmen einfach nur 1 weil wir was können die haben alle nicht mehr so viel Essen die sollten mal was essen haben wir kein Essen mehr in der Bude? doch noch sind noch 11 Beeren drin aber die verbrauchen jetzt auch schon ganz schön Futter ich selber verbrauche auch Essen aber das geht okay das ist das Fleisch von dem warte mal das können wir doch jetzt bestimmt ja genau das ist so cool nice die machen die Arbeit ich krieg das Level ab so muss das sein wie er sich freut wenn er fertig ist das ist so cool Rezept einfach hier nochmal 2 Eier kann er auch nochmal ein bisschen kochen ich muss wohl die Pfeile unbedingt ich muss die Pfeile haben wir brauchen Wasserpfeil ich muss einen Pinguin ich muss einen Piglet holen heißen doch Piglet oder? da Pingoulet Pingoulet ich brauche einen Pingoulet das Ding ist auch noch den haben wir schon gesehen die beiden haben wir sogar gefangen Melpaka die Nossum den haben wir in der ersten Folge noch gesehen soll ich auch noch ein Ausrufezeichen ach weil bei dem was neu ist Essmenge ah ok da kann man sehen wie viel Futter die brauchen das ist mir jetzt erst aufgefallen hier wir essen zwei das Huhn braucht nur einen Pinguin ist noch keine Daten da wir brauchen Pinguin Leute wir brauchen Pinguin unser Fuchs hat gerade gegrillt das ist gut gehen wir mal auf Reise wir gehen mal da wieder unten runter da wo die Pinguine waren äh komm ich nehme mal die Axt raus komm ja komm ist gut ich finde es immer gut einen Slot frei zu haben ist angenehmer das kennen wir alle schon von die Welt wir haben auch noch nichts von der Welt gesehen ey wenn man da hinten mal so rüber guckt allein diese Feldspitzen das wird schon interessant da kommt einiges cool soll das Nightwing sein das ist halt die Frage wie man die aussprechen soll dann what the fuck oh das ist cool ist ja mal richtig nice dass die gespawnt sind die sind selbst der ist ja schon Level 9 der andere ist Level 10 wir sind gerade mal Level 7 das heißt die werden auf alle die sind gerade echt weggelaufen warte mal nee die greift der Fuchs die an Tatsache die reagieren irgendwie untereinander äh greift der uns an nee die greifen tatsächlich den Fuchs an ja okay die haben den Fuchs gerade ich würde ja gerne ne aber wenn ich den Angriff von denen sehe ähm hab ich irgend so ein Gefühl dass es gar nicht mal so gut ist ach da ist dieser World Boss wieder die hauen einfach ab ich hab den zwar geschlagen aber es hat ihn überhaupt nicht interessiert die gehen einfach vor Pfeil und Bogen da ist noch ein Foxpaws die gehen halt wirklich alle dann was ist wenn ich eigentlich schleiche wer gehen die eigentlich nur auf mich das Huhn ist Level 4 das ist okay welches Level hat der Hirsch Alter außerdem ist der schneller wie ich da Alter Level 9 und Level 11 das kann sowas von schief gehen ne oh Gott allein der Fernkampfangriff ist crazy okay Alter ich bin gleich tot das ist gar nicht so gut das ist überhaupt nicht gut kleine Umentscheidung das funktioniert nicht crazy war zu erwarten dass sowas passiert crazy 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 das ist ein Problem das ist ein großes Problem okay okay alles klar war zu erwarten ja mir ist sofort kalt konnte man das da hinten schon immer so klar sehen wir haben immer einen Nebel da hinten ist dieser Turm Foxpaws kommt mal raus dann musst hier warte mal kann das sein Tatsache wenn der draußen ist es uns nicht mehr kalt das ist ja mal mega gut ey ich will meine Sachen wieder haben werden da ja bestimmt für ein paar Minuten liegen außerdem war das nicht weit weg okay man merke sich Features die höheres Level haben und sowas sollte man vielleicht noch nicht angreifen die Fangrate wird auch entsprechend niedrig sein das ist cool das ist halt cool das waren halt sonst die Pink lol depresso man weiß halt immer welches Pokémon als Vorlage dient ne ich will einfach erstmal meine Sachen haben hör auf mich anzugreifen äh so okay depresso ist tot und da ist ja noch einer vielleicht muss ich mich erstmal dran gewöhnen dass ich mit Steuerung ja auch ausweichen kann äh keine Pfeile mehr die haben keine Pfeile mehr ich hab doch gar nicht so viele verschossen oder doch muss ich ja alter das funktioniert nicht was bist du denn also erstmal komm mal hier zurück und dann komm mal wieder raus okay der ist einfach mal down na was für eine Action greifen die anderen mich jetzt auch an ich bin bald tot komm mal wieder raus mach mal Licht mach mal ne Runde Licht aber ich muss irgendwas essen äh das okay der Fuchs kriegt erstmal Brot äh 4000 Leben ne Level 38 sind das ja er hat ja gerne versucht die einzufangen aber das war gerade etwas stressig wenn man das unter stressig bezeichnet dann war es das auch Level 5 unser Fuchs ist Level 7 das ist nice er ist halt aber jetzt genau das gleiche Level wie wir das heißt es bringt auch nicht so viel also wir können nicht mehr höher leveln sagen wir mal so okay komm alter er hat irgendeine Sense drauf die ist gerade mal bei 58% nein da ist er wieder raus das reicht pokrates was kannst du was kannst du okay wenn er im Team ist wird der Angriff des Typs Schatten erhöht arbeitstempo 70 ah hier Eignung der kann nur sammeln okay was kannst du kannst äh Feuer okay ja das ist klar wieso kann ich mich wenn ich auf einen draufgehe escape escape sammeln und farmarbeit sammeln und farmarbeit warte mal das heißt wenn ich den zu Hause ablege dann kann der farmarbeit machen das ist ganz cool aber ich würde sagen wir gehen trotzdem erstmal weiter okay den großen Bräuner nicht Lebensenergie geht wieder hoch die Nacht ist gleich vorbei da ist eine Ruine kann man was sammeln oh da ist ein schnellreisepunkt das ist richtig gut oh what äh die Dinger die greifen doch immer sofort an ey ist gar nicht mehr so gut von wo kommen eigentlich diese Schlammbälle äh warte mal das ist Absicht der kann alter unser Fuchs ist schon OP der killt einfach alles hier mal ehrlich sehr stärker wie wir das ist richtig gut oh noch eine kostenlose Sphäre da ist eine Truhe das ist ganz gut der soll den nochmal angreifen 50% könnte was werden muss aber nicht ne wird aber nichts neuer versuch das ist mir level 4 das sollte wohl machbar sein der ist tot so viel zum sammeln die Presse gefangen wieder 9 viel Platz habe ich noch genug ah cool ein Stahlschlüssel gibt es ja auch Dungeons warte mal habe ich nicht irgendwas von random generierte Dungeons gelesen danger okay was weißt du was ich nicht weiß hallo kann ich nicht wie kann ich eigentlich mit denen interagieren die alle rufen alle rufen warte mal ah okay das ist ja cool so geht das Emotes tanzen Goose oh da war harter lag alles klar winken hey foxbugs füttern mit wehren das ist ja mega gut mit den Befehlen und so das ist richtig nice ein Veteran hi okay ich habe immer noch dieses Problem durch meine 21 zu 9 Auflösung habe ich das Problem dass der noch nicht mittig steht da muss ich nochmal was dran ändern na ich habe damit kein Problem jetzt habe ich den ersten Satz übersprungen aber ihr könnt es ja lesen wenn er auf Pause drückt aber wenn du schon hier gelandet bist solltest du ein paar Palts fangen für die ersten 10 gefangenen Palts einer Spezies bekommst du sogar mehr EP okay je mehr Palts ein Trainer fängt desto besser wird er hier das kannst du haben hau rein Palladium Bruchstück okay hier ist wieder so eine Statue da jetzt habe ich da zwei von verhält man die eigentlich auch wenn man stirbt die wichtigen Objekte oder gehen die alle drauf wenn ich jetzt hier irgendwo abkratze wäre es natürlich ungünstig schon wieder so eine Notiz wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht rausgefunden habe wo ich das nachlesen kann wo sind Notizen hier Gilde? naja Gilde ist ja Gilde das hat nichts mit Notizen zu tun Wichtige Objekte sortieren bringt mir alles nichts Inventar ist klar ich sehe nichts wo ich irgendwie Notizen sammle oder irgendwie sowas und ach da schiffrigen Notiz diese Welt birgt Geheimnisse okay es gibt also schon wirklich da also die haben wirklich schon eine Story eingebaut als ich seit Ende des Jahres als ich von meiner Forschung die Topographie der Welt ansah seltsam leer zu sein hier fehlte etwas so deutlich dass ich mich fragte warum mir das vorher nie aufgefallen war die folgenden Monate verbrachte ich mit Vorbereitungen und schaffte es auf Grundlage meiner Hypothese die Koordinaten einer Insel zu ermitteln ich beschloss mir ein Boot zu nehmen mich alleine auf den Weg dorthin zu machen ja genau es gibt ja Piles damit man dann fliegen kann also ich kann nicht mehr rennen übrigens weil ich überladen bin das ist ungünstig Was kannst du eigentlich? Depresso Depressiv Kann ein Befehl eine englische Menge an Energydrinks Echsen Was? So ein Bewegungsdefehl bestimmt What? Moment mal was? Oh man das Spiel das ist echt äh Kann auf Befehl eine bedenkliche Menge an Energydrinks Echsen Das ist ein Bewegungstempo für eine bestimmte Zeit beträchtlich erhöht Wo kriegt der die her? Handwerk, Transport und Bergbau Interessant Kann ich den das irgendwie befehlen? Kann ich ihm jetzt hier sagen irgendwie Ich kann ihn streicheln Ja Der ist so depressiv, dass er selbst beim streicheln depressiv ist Nee doch nicht Er freut sich dann doch nochmal Ja ich weiß ich schlepp zu viel Gegenstände mit mir rum Ja da ist der größer wie normal Kommen wir nur so vor oder? Es gibt wohl auch irgendwie seltene und so Also hier ist ein Übergang wie es aussieht zur nächsten Insel Das ist gut, dass hier ein Schnellreisepunkt ist Können von da dann mal eben nach Hause Ich weiß nicht, kann man schnell reisen wenn man überladen ist? Von den meisten Games ja nicht Was habe ich denn hier schon wieder Warum? Habe ich die denn nicht rausgenommen? Oh, das ist schon wieder so einer Das Level 9 Das wäre natürlich cool, aber wir haben ja Wir haben ja gemerkt was passiert wenn man den angreift Okay, man kann schnell reisen auch wenn man überladen ist Das haben wir jetzt auch schon mal rausgefunden Was ist hier eigentlich so schwer? Also Giftdrüsen, die etwas wie 112 Alter 120 Wie 40 Holz, wie nur 120 Das ist sportlich Ja, er wird schon hier 200 Steine drin Gibt es eigentlich irgendwie eine Begrenzung für die Truhen? Okay, soviel dazu Frage zur Begrenzung der Truhe Okay, ich brauche neue Truhen Während die hier fleißig dabei sind Spawnen die Steine eigentlich nach in der Zeit Wenn man nicht da ist und dann können die das wieder neu abbauen Hungrig Äh, wie sieht es eigentlich mit dem Futter aus? Gar nicht mehr so gut, wa? Also ich muss unbedingt So, ähm Ein Schaf muss hier raus Wir setzen den hier mal rein Wir setzen den hier mal rein Der konnte Feldarbeit und sowas Aber Ist das ein Unterschied? Also Farmerarbeit Ach, Aussaat Aussaat ist extra Das wollte ich wissen Aussaat ist extra Farmerarbeit Welche Farmer? Ach ja, Farmerarbeit ist ja die Tierfarm mit gemeint Okay Nevermind Nevermind Da ist die Tierfarm mit gemeint Die Viehfarm Kostet 30 Fasern und 50 Holz Außer hat Bewässerung Da haben wir gar nichts für Ja gut, dann würde ich aber erstmal sagen Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann Hoffentlich bei der nächsten Folge wieder Hier bei Parle World Also bis dann Leute Ciao Ciao